Liebe Facebook-Freunde, heute ist ein sehr schöner Tag für mich. Ein schöner Tag deshalb, weil ich mich heute vom Hartberger Oktoberfest an euch wenden kann, wo wir mit über 2000 Besuchern ein starkes freiheitliches Zeichen in der Steiermark gesetzt haben. Gemeinsam mit Heinz-Christian Strache, mit Mario Kunosek und Harald Wilimski haben wir gezeigt, wie freiheitliche Politik funktioniert und der Zuspruch der Bevölkerung gibt uns Recht. Ich freue mich aber auch, weil ich heute am Rande des Oktoberfestes die 55.000er Marke an Facebook-Unterstützern auch überschritten habe. 55.000 Fans, 55.000 Follower sind für mich ein starkes Zeichen. Ich sage ein großes Dankeschön an euch alle und mir bleibt nur mehr zu sagen, Prost und machen wir gemeinsam weiter so.